Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. In diesem Video gucken wir uns die drei besten Körperfettwagen an. Alle Wagen sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Finde in diesem Video heraus, welche Körperfettwaage die beste ist und worauf es ankommt. Und nun viel Spaß mit dem Video. Wir starten mit der Renpho Körperfettwaage. Diese Körperfettwaage ist ein günstiges Gerät mit großem Funktionsumfang. Ermitteln kann die Waage 13 verschiedene Körperdaten. Das Körpergewicht, den BMI, den Körperfettanteil, den Wasseranteil, die Muskelmasse, die Knochenmasse, den Skelettmuskelanteil, fettfreies Körpergewicht, viszerales sowie subkutanes Fett, Protein, biologisches Alter und Grundumsatz. Der Grundumsatz wird auch Ruheumsatz genannt und gibt an, wie viel Energie ein Mensch in Ruhe pro Tag benötigt, damit der Körper die lebenswichtigen Funktionen wie Atmung und Herzschlag aufrechthalten kann. Die Körperfettwaage hat eine Bluetooth-Funktion und ist mit einer App koppelbar, die dabei hilft, sich Ziele zu setzen und die Fortschritte zu verfolgen. Die Waage arbeitet mit der sogenannten bioelektrischen Impedanzanalyse. Damit die Messergebnisse möglichst genau sind, muss das Wiegen barfuß erfolgen, wobei mit den nackten Füßen alle vier Sensoren berührt werden müssen. Als zweites haben wir die E-Tech City Körperwaage. Die Körperfettwaage arbeitet in einem Bereich von 5 bis 180 Kilogramm. Sie kann neben dem Körpergewicht zwölf weitere Körperdaten messen und anzeigen. Den BMR, das metabolische Alter, Viszeralfett und Protein, die Knochenmasse, das subkutane Fett, das fettfreie Gewicht, die Muskelmasse, die Skelettmuskulatur, den BMI, die Fettmasse und den Anteil an Körperwasser. Die Körperfettwaage arbeitet mit einer App. Sie zeigt das Körpergewicht direkt am Gerät an, alle anderen Körperdaten lassen sich am Smartphone in der App ablesen und auswerten. Das Display mit der LED-Anzeige lässt sich aus jedem Winkel ausgezeichnet ablesen. E-Tech City weist darauf hin, dass die Körperfettwaage für den Messvorgang auf einem harten und ebenen Untergrund stehen sollte, da Teppichböden die Messergebnisse verfälschen können. Und als drittes haben wir den OMRON BF 511. Diese Körperfettwaage eignet sich für eine Ganzkörpermessung mit klinischer Genauigkeit. Sie kann das Gewicht bis maximal 150 Kilogramm, den Körperfettanteil, die Muskelmasse, das Viszeralfett, den Kaloriengrundumsatz und den BMI berechnen. Anzeigen kann die Waage das Gewicht in Kilogramm oder in Pfund. Die Werte von bis zu vier Personen sollen sich im Gerät speichern lassen. Für alle anderen Nutzer steht ein Gastmodus zur Verfügung. Das Gerät ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Die Körperfettwaage hat neben vier Sensoren für die Füße ein Handstück, das der Benutzer bei der Körperfettmessung mit beiden Händen an den Griffen umschließen muss. Das Gewicht des Handteils wird vom Gerät bei der Messung automatisch abgezogen. Die Analysewaage ist in Blau oder Türkis erhältlich. Die Bedienung erfolgt über Tasten am Display der Waage.